Soll ich Musik ausmachen? Ja, bitte. Nein, komm jetzt her. Komm jetzt her. Yo Leute und herzlich willkommen mal endlich wieder bei einem Video. Scheiße hab ich das lange nicht mehr gesagt. Ja Leute, wie ihr sehen könnt, ich hab extrem lange nichts mehr hochgeladen. Und es tut mir auch wirklich leid. Und ich will jetzt hier auch nicht irgendwelche Ausreden hier zusammen suchen und so. Es ist einfach so und es tut mir sau leid. Ich weiß, ich kann es nicht jetzt ruhigen, aber trotzdem. Aber das wichtigste ist natürlich, dass ab jetzt wieder regelmäßig Videos kommen. Und ich weiß, es werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viele zuschauen wie vorher. Das ist mir jetzt aber auch egal. Ich hab richtig Lust. Ich hab's richtig vermisst. Und ich möchte jetzt wieder durchstarten. wenn ihr wisst, was ich meine. Yo Homeboy. Jay Dizzledog Schmanizzle Is back in the mother fucking business bitch. Genug gelabert. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Touch My Body Challenge. Mit meiner Freundin Leute. Oh ja. Ich hab's noch gar nicht erwähnt, oder? Ich hab ne Freundin. Viel Spaß am Video Leute. Okay. Okay. Wenn ich mich schon sehe, fang ich schon an zu schreien. Du musst jetzt nur für ein Video dich konzentrieren, ja? Okay. 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 So Leute. Sie konzentriert sich jetzt. Telefon-Challenge. Du machst doch gerade... Telefon-Challenge. Halt. Nee, wieso bist du so braun? Hat dir irgendwer ins Gesicht gekackt? Nein? Okay. Also meine Witze kommen schonmal nicht gut bei dir an. Dann lasst mir das mit den Witzen. Und machen jetzt einfach ein ganz seriöses Video. Ja okay. Ja? Mhm. So Leute, wir machen die Touch My Body Challenge. Ich kann das nicht. Doch, doch. Soll ich dir was vorsehen? Ja, bitte. Baby, Baby, Baby. Cool. Meine Mutter ruft mich gerade an. Cool, du Opfer. Hallo? So Leute, es geht jetzt los mit der Touch My Booty Challenge. Ich hab's ein bisschen umbenannt so, weil... Ich dein... Dein Booty... Anfass... Das ist ein sehr professionelles Video. Sehe ich jetzt schon. Ja, schon. Hat er eine Grenze. Okay. Wieso willst du dein Handy? Wir beginnen jetzt mit dem Video. Wenn wir ein Video drehen, dankeschön. So Leute, der Verlierer kriegt dieses One Day Color. Ja, du. Ich mach das so wie die Beauty Queen so. Dieses schöne Produkt von... Du musstest echt die Billigmarke nehmen, ja? Du hast 8 Euro gekostet. 8 Euro? Ja. Cool, ne? Sie investiert. Sie nimmt das ernst. Du nimmst es ernst. Ich bin beeindruckt. Der Verlierer... Kriegt diese Scheiße in die Haare. Auf jeden Fall ist das One Day Color. Also das bleibt ein Tag drin. Hashtag Hot Pink. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Für mich ist es natürlich überhaupt nicht schlimm, weil ich jeden Tag eine Cap trage. Deswegen will sie auch, dass ich verliere. Dann musst du dich anstrengen, wenn du wirst, dass ich verliere. Und wenn sie verliert, kriegt sie auch diese Scheißen in ihre Haare. Du nimmst jetzt meinen Finger und tust ihn irgendwo hin, wo du... Arsch! Wo du willst. Wo immer hin kann irgendwo sein. Nase, Auge... Arsch! Nase ist gut. Augen. Irgendwo hin, wo du willst. Arsch. Ja? Super. Ich mach meine Augen zu. Aber nee, es muss professioneller sein. Ich verbinde sie. Ah, das ist kein Schal. Das ist eine scheiß Decke. Ich weiß nicht, wieso man eine Decke als Schal benutzt. Das ist keine Decke. Das ist ein Concho. Natürlich ist das nicht. Bist du Mexikanerin oder was? Mhm. Warte, sag mir nochmal, dass du Mexikanerin bist. Nee. Bist du Mexikanerin? Bist du hier eine Mauer jetzt bauen? Bist du Mexikanerin? Ja. Da ist die Tür. Da ist die Tür. Ja okay, dann könnt ihr endlich gehen. Soll ich dir ein bisschen beibringen, wie man disst? Okay. Komm, hau raus. Du bist... Uncool, yo. Wuhuu. Ich glaube wir fangen jetzt einfach mit der Challenge an. Oh mein Gott, kannst du die Kamera bitte weg machen? Ja, kann ich machen, aber wie sollen wir dann ein Video drehen, wenn die Kamera nicht da ist? Gar kein Video drehen. Das ist Motivation, Leute. Das ist Motivation. Ich sehe absolut gar nichts. Heimer, Hände hoch. Fünf. Mhm. Was, echt? Wir machen das jeder fünf Mal. Ja okay. Und? Was? Auf jeden Fall nicht deinen Mund, weil du gut... Oder ist es so wie die Spitze von deinem Mund so? Dieses... Wo wenn man lächelt, so was man hochzieht da. Ich weiß nicht wie man es nennt. Mhm. Ist es das? Ja, richtig. Total falsch. Oh, okay. Bist du bereit? Mhm. Oh mein Gott. Wo soll das sein? Ist das ein Pickel von dir? Genau, vielleicht. Ist das ein Pickel? Ich weiß es nicht. Sag einfach, was du denkst, wo es ist. Ja, Pickel! Du hast so viele davon. Irgendeiner. Ja, wo? Am Kinn. Nein. Ha! Auf das Stirn? Ja. Aber du hast erst kennengelernt. Hab ich da nen Pickel auf Schicken? Ich muss meine Yeezys anziehen. Die bringen mir immer Glück. Ich schwörs dir. Die neuen Yeezys Summer Edition. Geht los. Zahn. Das ist doch meine Glücks-Yeezys. Das ist doch unfassbar, wie viel Glück die mir bringen. Deine Aspekte rutscht. Das rutscht runter. Weißt du, was noch runterrutscht? Ein Kind auf einer Rutsche. Nein. Was machst du? Runter damit. Was ist das? Dein Bauch? Ja! 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 Ich hab auch nen Punkt. Ja! Super gemacht. Okay. Oh, warte. Was? Dein Fuß. Ja? Das ist doch total easy, weil ich weiß, dass deine Stimme da ist und etwas, was so weit weg von dir ist, kann doch dein Fuß sein. Du musst ein bisschen Hirn benutzen. Du musst ein bisschen Hirn benutzen, Junge. Ein bisschen Hirn benutzen, Junge. Ja, cool. Den Bauch hab ich auch erwarten. Ja, ich weiß. Ja. Ich hab zwei Punkte und du hast einen Punkt. Könnte sein, dass dein Herz da puckert. Scheiße! Du musst ein bisschen Hirn benutzen, Junge. Scheiße! War das richtig? Ja, das war hier. So drehen. Aber dann spürst du das. Mach mal so. Du kannst es einfach nicht. Du musst ihn drehen. Ja, willst du mein Handgelenk brechen oder was? Ah! Ah! Mach es richtig. Ja, was denn? Nicht in deine Nase. In meine Nase? Doch, schiebe ich extra rein. Hm. Ist das hier so? Weiß ich nicht. Musst du ja wissen. Ja, ist... Ja! Ich wusste es. Ich hab's dir gesagt. Du hast keinen Punkt. Hä? Ich hab's erraten. Nein! Du hast es hier gesagt. Ich hab gesagt, ist das hier so? Nein, du hast es hier gemacht. Ich hab hierhin gezeigt. Ja, okay. Ist dein Kopf hier? Das sind Haare. Ist das dein Kinn? Mein Arsch! Genau! Oh! Nein, Spaß. Warte, ist okay. Warte, ist okay. Das war hier. Sven! Ja. Aber ich krieg trotzdem einen Punkt. Nein! Aber ich will keine pinken Haare haben. Heilige Scheiße! Ähm... Lippe? Wald! Meine Nase! Waaah! Aber ich konnte nicht ausatmen, sonst hättest du gespürt. Ah! Und wenn ich es jetzt falsch mache? Ja, dann bist du im Sack. Am Sack, Leute. Versteht ihr? Keiner Tipp war das. Nur so nötig, Spaß. Hahaha! Siehst du nicht grad aus? Wer weiß. Gib die Hand her. Drin. Hose ausgezogen. Wer weiß. Oberschenkel. Nein. War das denn Oberschenkel? Ja? Ja! Das war mein Oberschenkel. Bein? Nein. Du bist so dumm. Oh! Haben wir das im Video gesehen? Ja. Ich brauche das fürs Thumbnail. Okay. Das ist das Wichtigste. Bist du dumm. Lass auf jeden Fall ein Like da, um sie glücklich zu machen. Ich bin jetzt schon glücklich. Jetzt machen wir was zu essen. Siehst du aus? Sag mal, wie redest du mit mir? Du machst mir jetzt was zu essen. Ja. Kannst du haben. So. Es geht weiter mit dem Video, Leute. Nein. Wir sind fertig. Nein, aber... Hast du... Ich glaube, du musst noch einmal. Nein. Okay. Wenn du es so willst, müssen wir beide unsere Haare pink färben. Ich würde sagen, beginnen wir jetzt mit den pinken Haaren. Das kannst du nicht hier im Bett machen. Ja, wir gehen auch ins Badezimmer. Ja. Bödest du auch Sackhaare? Ja, aber nur deine. Oh, das freut mich. Oh, nicht in mein Gesicht. Was ist das passiert? Was ist das passiert? Was ist das passiert? Das geht ab. Ich habe es doch auch schon gehabt. Ja, aber ich meine auf einer Stirn. Darf ich deine Augenbrauen färben? Nein. Bitte. Ganz sicher nicht. Bitte. Kennen wir. Ey, du hast gerade nur eine Strähne. Ja, das wird nur eine dicke Strähne. Ey, hörst du jetzt? Guck, das sieht gut aus. Was ist das, Guys? Du siehst aus wie ein Streifen. Du gibst deine Augenbrauen. Ja, nein. Doch. Eine. Eine. Nur ein bisschen, ein Sprüher. Okay, mach dein Auge zu. Bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du hast es verschmiert. Oh mein Gott. 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 Leute, nur so nebenbei. Ich habe morgen Schule. Und da steht drauf, das ist ein Tag. Jetzt sag mal. One Day Color. Heilige Scheiße. Aber das Gute ist, du bist jetzt dran. Wo? Hier? Nein. Oh mein Gott. Dann schreib mir was Schönes auf die Haare, wenigstens. Oh mein Gott. Okay, warte. Ich versuche ein Herz zu machen. Ich mache auch nicht alles, danach kannst du nochmal. Komplett pink? Ja komm. Oh. Nicht mal alles. Jetzt stell die Kamera hin. Komm. Hier ist immer noch was drin, ne? Steht mir das? Schreib mal in die Kommentare, ob ich meine Haare in echt so färben soll. Ich finde das eigentlich ziemlich fresh so. So richtig cool so eigentlich so. Weißt du ja? Und so, das bleibt jetzt glaube ich eine Weile, oder? Oder hast du es morgen weg? Nee, mindestens einen Tag. Ich bin schnell. Ich werde heute zehnmal duschen. Yo Leute. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wenn ihr mehr Videos mit einer Freundin wollt, dann lasst zwei Likes da. Macht euch einen Fake Account und macht noch einen Like drauf. Das könnt ihr schaffen, ne? Super. Und schreibt natürlich in die Kommentare, wie ihr das gefallen hat. Und Jamie B. Well is back.